hellas und willkommen zurück im pbm 172 ich bin der griechische captain und wir sind in runde 121 und natürlich sind wir diesmal wieder in einem double feature denn die runden zahlen die zugzeiten sind so enorm schnell dass ich wieder zwei videos machen muss also 121 und 122 wir gucken auf die ereignisse und sehen als allererstes mambo code hat das zeitalter der renaissance erreicht also der hat die renny erreicht und womit hat er das gemacht schauen wir uns die technologien an schießpulver 861 861 bankwesen 861 akustik 861 astronomie 783 und astronomie habe ich selber auch erforscht und dementsprechend haben wir beide astronomie erforscht in dieser runde er ein stück vor mir habe ich ein bisschen billiger gekriegt zum glück sonst hätte er es vielleicht nächste runde billiger gekriegt er forscht sowieso schon so ordentlich davon also und ich gehe jetzt weiter auch auf die navigation und das wird er sicherlich auch machen sonst hätte er astronomie nämlich jetzt nicht genommen er hat so lange die ganze zeit drum herum geforscht mit dem ganzen anderen kram hier wahrscheinlich hat er hier das hat er ja physik hat er wahrscheinlich hat er bankwesen angeforscht akustik angeforscht druckerpresse angeforscht kann er mich alles anforschen und dann alles in einer runde zack 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 alles schnell holen damit man überhaupt nicht weiß in welche richtung er geht aber er wird wahrscheinlich navigation forschen ich forsche auch navigation der fregatten zu haben ist essentiell wichtig dadurch kriegen wir jetzt auch einen spion ja und was machen wir mit diesem spion ich habe ja eigentlich so gedacht ich werde ihn in vancouver platzieren denn in vancouver gibt es noch mal erstens eisen er gibt zwar nichts sonstiges von vancouver aber vancouver gibt auch noch mal nahrung und wenn ich dann noch mal mehr nahrung kriege dann wachsen auch meine städte noch mal besser also vancouver und außerdem möchte ich diesen stadt statt hier in meiner hand haben denn er ist schließlich auch ein handels posten von mir und ein mögliches einfall tor für angriffs armeen die von hier kommen wenn ich aber jetzt vancouver auswähle wenn wir mal gucken vancouver wo ist denn das überhaupt stadtstaaten vancouver genau hier drüber fahren da kann man das sehen alle stadtstaaten der welt haben alle zehn runden gleichzeitig wahl halten alle gleichzeitig wahlen ab die nächste wahl findet in neun runden der braucht aber so ungefähr so drei runden bis er ankommt oder vier deswegen werde ich zwischendrin noch mal schnell auf eine stadt von ihm umschalten und zwar auf theotiquan weil ich nämlich einfach feststellen will erst mal was baut er dort jetzt zeige ich noch mal welche stadt das ist das ist die hier an dem glaubenswerk was baut er dort was ist hier was lauert hier an armee damit ich das sehen kann mal kurz ob da irgendwie großartig was lauert was mir hier bei laser noch gefährlich werden könnte nicht dass ich laser noch verliere gut dann in unserem gebiet wurde ein gegner gesichtet wir gucken mal kurz und analysiert schnell die situation rund um london von seinem triumph quasi dass ich mich zurückziehen musste hat er sich offensichtlich hat das offensichtlich gewagt nach vorne zu preschen und hat mit 12 einheiten london beschossen und mit 12 einheiten meine meine galeasse beschossen die galeasse steht quasi jetzt kurz vor reichweiten beschuss sehr schön was haben wir sonst noch hier also naturwunder für sammerkant okay ich weiß nicht wo das andere wunder ist ist das hier irgendwo mitten auf dem kontinent wahrscheinlich ohne dass ich es weiß geld wie möchte seite haben wo kriege ich denn seite jetzt plötzlich her na toll hier oben warum musste der die seite früher eingemeinden also ehrlich warum konnte sie nicht mit der küstenstadt eingemein die stadt hier hat überhaupt keine 3 vielleicht noch krabben wenn krabben irgendwann mal 1 2 3 da hat er fische vielleicht werden die krabben irgendwann noch mal was vielleicht kommen die noch mal rein langfristig aber ansonsten krabben habe ich ja bisher weil ich sie tausche na gut vielleicht werden krabben ja kommen krabben hier noch mal rein irgendwann wird es bestimmt passieren okay also hier gibt es noch was zu tun klären wir gleich und wachstum 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 das ist gut knosses gibt wachstum mehr produktion leuchtturm in nach unten in sieben runden nächstes wachstum in vier runden sehr schön ach so guang zu hat auch wachstum und was mich freut hier ist guang zu stellt den hafen ein obwohl er ganz genau weiß ich habe noch keinerlei möglichkeiten den hafen irgendwo zu nutzen aber es eröffnet mir möglichkeiten darüber nachzudenken meine küsten städte jetzt bald alle mal mit häfen anzubinden indem ich hier in london zum beispiel auch ein hafen baue irgendwann auch mal in knossos und vor allen dingen auch in der hauptstadt einen hafen baue der hauptstadt ist nach der galliasse noch nichts geplant nehmen wir hier also einen hafen der dann nach der galliasse kommt erstmal wichtig dass das jetzt so ist gut ja bautruppmanagement sagt damit er da oben das macht er kann hier hin und kann hier mal eben bauernhof einrichten der g1 weiter nach süden wird hier wieder die straße eine runde anbauen er geht ein nach da wird diese straße hier auch anbauen die armbrust können wir weiterhin nach oben schicken die schon oba waren es gibt neue land barbaren sehr schön kann ich für kabul wieder was gewinnen und hier das lager fertigstellen aber allesamt läuft das alles die städte wachsen genau delhi nicht delhi delhi nicht delhi so für die nächste runde wachsen kostet mich zwar geld aber erst nächste bitte nächste runde trotzdem wachsen so habe ich noch irgendwas vergessen mal sagen damit sind wir bei der bearbeitung hier ach so hier da rund 12 den ziehen wir auch weiter gut machen wir jetzt die kämpfe fangen wir mit den kämpfen im süden an so wir müssen mal schauen also die einheit will ich nicht verlieren die soll mal ein bisschen pause diese einheit soll mal ein bisschen pausieren der hat immerhin noch elf bis er so weit ist der hier hat immerhin zwei schüsse dann hat er reichweite also reichweiten schüsse kommen zuerst du schießt hier und du versteckst dich hier drüben weise versteckst dich ja passt du versteckst dich dort die einheiten hier oben da ist ein bautrupp schon schön zum anschießen ich weiß gar nicht mehr warum habe ich den ich angeschossen ich hätte den so schön anschließen können und zweimal lernen können ich weiß nicht warum ich nicht angeschossen habe ich wollte die einheit glaube ich einfach nur ich habe sie ach ich habe sie hab den gar nicht wahrgenommen weil ich ihn einfach in einem zug hier hoch gezogen habe und dann nicht gesehen habe ja das passiert wenn man blind zieht man sollte feld für feld bei den schiffen ziehen damit man immer sieht was da auf den angrenzenden feldern ist hier ein bautrupp zum beispiel der wäre ideal gewesen zum angreifen und zum trainieren von dieser einheit damit sie auf drei felder gehen kann jetzt ist die chance vertan naja mal gucken was in der nächsten runde ist vielleicht ist er ja noch da dann kann ich doch noch mal drauf schießen gut bei london wir werden erstmal hier das eins zwei drei vier dieses schiff da reinsetzen damit es nach nämlich ein bisschen regenerieren kann den admiral auch reinsetzen und jetzt wird ein bisschen was weg gehauen und zwar hauen wir weg mit dem schiff haben wir mal hier drauf jawohl 19 nur noch ich glaube die armbrust ist sogar schwächer als die stadt 38 und die stadt bringt 44 jawohl also dann jetzt diese armbrust auf den damit haben wir schon mal einen weg geholzt ähm und wenn ich mich richtig erinnere war das sogar derjenige der sich im unwegsamen gelände also der speer der sie im unwegsamen gelände bewegen konnte super eine einheit weniger die mehr nervig ist jetzt als nächstes ähm ja dann noch das 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 dann noch die pferde 1 2 3 4 da könnt ihr hinkommen ziehen wir den jetzt mal vor und feuern hier drauf 67 schöner treffer dann steht jetzt durch eine vernichtung durch die stadt nichts mehr im wege zack ups und schon hat man 405 gold und damit ist der jetzt auch sicher hier noch einmal verschanzen nochmal heilen und der zieht auf diesen hügel um hier abzusichern gegen dieses pferdchen zum beispiel ich habe geguckt es sollte machbar sein dass hier der nicht kaputt geht ähm dann müsste er von dort von dort und von dort schießen und glück haben mit dem angriff von dem da der kann ihn nicht erreichen weil der hier auf dem hügel steht der hätte dann 1 2 1 2 und damit kann er nicht mehr angreifen das pferdchen kann auch nicht angreifen das kann sich nur in bedrängnis bringen also schöne abwehrsituation bei london mit paar einheiten paar schiffen kann man hier wunderbar abwehren gut gut unser missionar unser händler ein bisschen von der küste wegziehen dass die auch schmöglich zügig nach kahoika kommen gut aber was machen wir jetzt noch hier oben gang su der wird hier äh ja die reichweiten die reichweiten fregatte wird hochgeheilt in zwei runden ist sie voll offensichtlich hat unser äh unser joker gelernt dass er hier meine einheit nicht beschießen soll weil er sie eh nicht klein kriegt denn er wird er denn er lernt denn er beschießt sie nicht und ich lerne dadurch jetzt nichts mehr das ist natürlich schade hier sind auch sonst keine einheiten die irgendwie gefährlich werden könnten naja wir lassen es noch einmal da mal schauen ob wir ihn ein bisschen provozieren können ja gut ansonsten ziehen wir mal unsere trieren zurück upgraden die trieren gleich kostet immerhin 140 für zwei trieren in äh in äh ja in karavellen abzugraden aber das lohnt sich denn diese karavellen sind deutlich schneller nochmal und jetzt kann ich auch noch weiter gucken jetzt kann ich peking aufdecken ja und sehen jetzt halt peking ist stadtgröße 11 nicht besonders groß und ziemlich viele farmen er hat er hat die stelle gebaut man sieht's und warum er hier 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 noch keine straßenverbindung gebaut hat ist ein rätsel eins zu drei gold die kriegt er doch locker bei der zweitstadt schnell wieder rein die anderen einheiten werden wir hier ein bisschen in richtung mukadichu wieder bewegen so und ich glaube ich packe es ich glaube ich packe es so hin genau die andere einheit hier oben dann sehen wir nämlich was hier ist und da ist auch eine fregatte nein eine fregatte eine angehende fregatte eine galeasse drin und mal schauen ich muss diesen seh hier hinten im auge behalten was er hier so sammelt da kann er nämlich auch noch was abstellen bei tex koko muss alles rauskommen deswegen habe ich äh orchrist kio aladin gesagt er möge mit seinen galeassen hier hinkommen damit er hier tex koko bewacht weil tex koko ist nämlich dann eine sache wo er keine galeassen schnell mal eben draußen sammeln kann er muss alles wahrscheinlich auf eine runde anbauen das bedeutet er kann nur noch eine galeasse drin haben ähm er kann nur noch eine galeasse drin haben ja und kann eigentlich nicht so viele auf einen schlag raushauen gut ich glaube wir gehen mal dann weiter in richtung runde 122 ziemlich viel gefaselt aber erstmal die demografie nochmal schnell mhm so sieht's aus und äh ja so heimatbildschirm genau runde 122 ja und was sehen wir hier in der runde 122 ein paar ereignisse ich hatte natürlich generell am ende noch einen vorschlag gemacht einen friedensvertrag elfenbein gegen wale ja damit ich halt ein bisschen elfenbein bekomme aber er hat des da nicht reagiert deswegen nehme ich es jetzt einfach mal zurück die wale kann ich ja in so viele sachen investieren zum beispiel hätte ich auch versuchen mal hier seite zu bekommen allerdings wird er wahrscheinlich nicht darauf eingehen naja egal ähm wir machen einfach entsprechend erstmal weiter jetzt gucken wir in die ereignisse von runde 122 indien und aztekenland haben eine freundschaftserklärung da wird wohl bald geld oder forschungsabkommen ausgetauscht werden und aztekenland und china haben eine freundschaftserklärung also auch bald geld oder forschungsabkommen forschungsabkommen wäre sicherlich langfristig wichtiger als dass sie geld austauschen gut in unserem gebiet wurde einer da gesehen da gucken wir gleich drauf und ja eine sache habe ich in runde 121 auch noch erschlagen äh unterschlagen in korinth wurde ja auch das parthenon gebaut wunderbar nochmal sechs kultur mehr ich habe schließlich 87 kultur und sie gilt am ende der runde 89 und äh ja das ist doch echt unglaublich wie viel kultur ich inzwischen habe und ich habe inzwischen auch vier köpferchen hier Tourismuspunkte die mir immerhin schon so ein einstieg in das Tourismusgeschäft ermöglichen zweieinhalb schon bei indien zwei bei hundenreich zweieinhalb bei england zwei bei china und eins bei aztekenland aztekenland wird am schlechtesten gehen die haben am meisten hundenreich gut mit denen habe ich immerhin bonus und wenn wir noch eine gemeinsame religion gründen wo ich auch noch dabei bin eine gemeinsame religion mit denen zu kriegen nämlich dass seine städte hier da samoa äh wellington damit hätte er drei vier städte schon mehrheitlich dass seine städte mehrheitlich nämlich ähm meine religion annehmen dann hätte ich nämlich noch einen weiteren bonus und dann hätten wir sogar eine möglichkeit im großen kongress quasi abzustimmen dass unsere religion quasi genutzt werden müssen als Weltreligion ok so das brachte halt nochmal 40 punkte bei Kabul damit sind wir hier auch bei 191 und wenn wir bei Kabul nochmal gucken der aufmerksame Zuschauer wird sehen im Video habe ich gerade eben auch noch diesen Barbaren der wurde vernichtet den habe ich unterschlagen im Video na gut was machen wir sonst wir verschanzen die hier gerade mal die können da ein bisschen ein bisschen stehen bleiben und sich heilen die weiteren Ereignisse nochmal Salz anwenden und einmal eine Förderung die können wir mal wegklicken die können wir gleich machen so ein bisschen ziviltechnisch Bautrupp darüber Bautrupp soll hier die Schafe anschließen Bautrupp hier runter wird ein Straßenfeld machen Bautrupp hier rüber wird ein Straßenfeld eine Runde anbauen das ist alles nicht so viel Geld kostet Bautrupp hier hoch einmal ein Bauernhof errichten gibt nochmal zwei Nahrung mehr Bautrupp hier bei Sparta Jagdlager bewegen fertig machen damit die Universität in drei Runden auch gebaut werden kann fertig ist 5-5 würde wahrscheinlich eh in drei Runden fertig werden neben dem Überschuss dann aber so sind sie auf jeden Fall in drei Runden fertig das machen und das waren die Bautrupps Delphi ist ja gewachsen Delphi ist gewachsen schön gibt es hier nochmal drei Hämmer und drei Provisionen habe ich hier ein bisschen runtergesetzt damit das Wachstum ein bisschen schneller geht ok also demnächst wachsen auch wieder die Städte schön Korinth wächst mal wieder Korinth wächst kann Korinth als nächstes gleich dieses Nahrungsfeld nehmen nochmal einen Plus an Nahrung dann gibt es nämlich Plus 7 an Nahrung wunderbar damit wächst es dann nochmal ein bisschen schneller und hat immer diesen Hügel als Überschuss sodass diese Stadt hier auch bald mal so groß wird wenn sie groß genug ist dass sie auch mal Universitäten besetzen kann momentan ist sie noch so klein dass Universitäten besetzen absolut keinen Sinn macht weil dann würde die Stadt nämlich gar nicht wachsen gut also machen wir weiter Knossos ein Katapult ab in die Stadt und ich sagte ja ich bin bei 89 Kultur damit habe ich jetzt auch 89 Kultur weil jede Militäreinheit in der Stadt gibt zwei Kultur sehr viel Kultur also hier schon unser Bautrupp weiter in Richtung London und jetzt kommen wir hier bei London auf den Punkt ja und da ha 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 super hätte ich es mal gemacht ich hätte das Pferd vernichten können nein eins zwei drei vier ich hätte von hier aufs Pferd schießen können ach nee ich habe jetzt fällt es mir ein und als ich die Runde gezogen habe fiel mir das nicht ein da fiel mir nur ein ich sollte doch hier das die Galeasse ich sollte doch die Galeasse bitte heilen lassen na gut hätte ich hier rum gezogen hätte ich das Pferd vernichten können ähm jetzt machen wir aber trotzdem hier dass ich mit der Einheit das Pferd anschieße so dann wird das sicherlich verstecken wieder und äh naja nun wird das verstecken so die anderen Einheiten werden hier verschanzt und unser Händler kann hier oben rum und unser Missionar kann hier entlang und Kahoika angreifen äh nicht angreifen Kahoika bekehren nicht angreifen bekehren ist das Stichwort bekehren gut was haben wir sonst noch hier genau in Süden Lasa unter äh eine Gasse braucht nur noch eine Erfahrungspunkt dann ist sie bei 60 kriegt dann auch Reichweitenbeförderung ziehen wir ein Feld nach Norden schießen wir auf Lasa drauf super und den anderen lassen wir dann noch weg denn ich will dass der hier äh bisschen höher ist in der Moral wie der weil dann kann der nämlich hier hingehen schießen ohne ohne dass er behelligt wird ja was machen wir hier hier fahren mit unserem Trier ein Feld zurück zwei Felder drei Felder prüfen wir ob wir hier entsprechend schießen können ich denke wir können da schießen hier gibt es zwar eine Straße 1 2 ja ist schon ein gewisses Risiko aber wir schießen jetzt mal Moment mal wir hatten wir hatten bis gerade eben hatten sie keine Soldaten jetzt haben sie 19.000 entweder hat er frisch was gebaut oder er hat was bekommen schießen wir einfach mal drauf so natürlich ein Risiko hier wenn er damit irgendwas irgendwas was fernkampfmäßig unterwegs ist ankommt dann muss ich mit der Einheit weg und genau das machen wir mit der Trier nämlich jetzt die Trier verzieht sich nämlich jetzt hier oben rum ob du mich noch was verschanzen damit er hier oben bei Vancouver oder vielleicht sogar bei Knossos dann heilen kann und mal schauen diese Einheit werden wir dann vielleicht beim nächsten mal auch abziehen oder aber vielleicht noch mal drauf schießen mal gucken wie wir uns entscheiden ok last but not least bei Guangzhou unsere allerersten Karavellen letzte Runde haben wir sie so wunderbar Upgraded und deswegen kommen die jetzt auch gleich kommen auch gleich mal in Genuss hier der Spehaktion so da sieht man da hinten ist ein Bautrupp drei Runden bis zur Fertigstellung von Bauernhof hier hinten ist ein Hügel wie weit die rein gucken kann zwei Felder normal drei Felder wegen Karavelle vier Felder wegen Sozialpolitik fünf Felder wegen Leuchtturm und dieses Feld da hinten weil es ein Hügel ist oder? eine zusätzliche Sicht Leuchtturmsicht drei Felder Sicht ja drei Felder Sicht eins eins zwei drei und da hinten ist halt ein Hügel sonst würde ich hier wesentlich mehr sehen und alles andere sehen wir jetzt hier nicht so leicht und so und da hinten sehen wir noch einen großen Hügel und so kommen wir da hin das machen wir mit den Einheiten hier da er hier nicht mehr drauf schießt kann ich sie wahrscheinlich auch wegziehen dann ziehen wir mal diese Einheiten so so stellen wir ihm mal eine kleine Falle mal gucken ob er drauf eingeht wir stellen die Triere ne die Galeasse hier hin er hat ja hier er kann hier ja mit einer Armbrust und mit seiner Galeasse drauf feuern bin ja mal gespannt ob er das macht weil dann könnte ich nämlich hier zurück feuern die stellen wir mal dort hin und den stellen wir hier 1 2 3 4 den stellen wir mal da oben hin ja und den stellen wir dorthin so und dann kann er mal sehen ob er angreifen will mit seinen Einheiten sein Armbrust schützt sich hier wenn man mal vergleicht der hat offenes Gelände 2 Stück 22 zu 20 ok 22 23 Schaden was ist mit den Einheiten der macht sogar 47 Schaden dort 47 28 gut also sollte ich die auf Fregatten umstellen können können wir wahrscheinlich die ganzen Armbrustschützen nichts mehr großartig anhaben dann geht es darum die Flotte zu vernichten und die Armbrustschützen sollten innerhalb von kürzester Zeit auch dran glauben können mit der Reichweite dann sowieso aber die Reichweite die züchten wir hier gerade ok ok gut ja ich denke damit sind wir auch schon gut vorangeschritten jetzt bei den Double Feature 121 122 achso ja hatten wir hier noch was gesehen ja das mit dem Hafen hatte ich ja schon gerade gesagt genau und hier wächst es einigermaßen und dann gebe ich jetzt ab wir sehen uns dann in Runde 123 wieder wenn es weiter geht bei den Griechen Hellas fern wirst wirst du du wirst Vielen Dank.